Hallo liebe Leute, in dieser Lektion lernen Sie trennbare Verben. Trennbare Verben In German grammar, separable verbs are verbs that consist of a prefix and a main verb. When conjugated in certain tenses or moods, the prefix separates from the main verb and moves to the end of the sentence. Anfangen Ich fange mit dem Projekt an. Aufstehen Er steht um 6 Uhr auf. Aussehen Sie sieht heute gut aus. Einladen Wir laden unsere Freunde zum Essen ein. Fernsehen Sie sehen gern fern. Mitnehmen Kannst du mich mitnehmen? Umsteigen Wir müssen in Hamburg umsteigen. Zumachen Mach bitte das Fenster zu. Anrufen Ich rufe dich später an. Aufmachen Du kannst die Tür aufmachen. Einkaufen Ich kaufe im Supermarkt ein. Ausgehen Ausgehen Sie gehen oft am Wochenende aus. Anmelden Du musst dich vorher anmelden. Ausziehen Sie zieht sich die Jacke aus. Zurückkommen Wann kommst du zurück? Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Ciao